ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk Wow, fuck Dötchen Deathcaller Imps, we're done Und aufteilen Und aufteilen Habt ihr gesehen, da reicht, wenn zwei Leute mit reinrennen? Ja Ja Wissen nicht immer alle Sag das nicht, weil jetzt wird's so sein, dass niemand rein geht Achtung, rund Ab Deathcaller Einfach mal gut sein So, ich schlag mal hier so einen Walzer in die Richtung ein Was machst du? Ein Walzer? In die Richtung einschlagen Nein, kein Walzer Taunt Team skill done Das ist ein Walzer Das ist ein Walzer Das wird voll Das ist ein Walzer Und knockback danach sammeln ich mach das persian mach das ad bitte dahinten noch ab dem boss so, 50% so, jetzt schon wieder mit dem pfeil hin richtig cool aus camp nach hinten verschieben isa, rauslaufen rage auch isa, machst du dann die erste trill ja alles klar klammer ironbought beams wie ist mein aus versuch den mal in deinem camp zu gehen rage und maha auch bitte auslösen es ist nicht nötig, die spreader zu verstehen außer, dass wir die pfeil zu sehen als bessere spreader werden können passt bitte wirklich auf, dass ihr nicht äh fall durch die midi sagt echt ungeil der wird im pfeil noch gar nicht laufen der muss nicht stehen bleiben bleib da oh fuck so, ads kommen keine Ahnung woher reddys läuft raus sammelt jetzt einen boah schifft läuft ah tenzer frank schade ok das war jetzt double drank hab den boss oh raus aus diesen kreisen isa cooldown die pol läuft was mach das mit den pfeilen gescheit jetzt komm geht aus ich hab die jetzt aggro verhalten ähm ja ich hab sie vorhin spotten können ja dann schieß sie bitte auf die tanks drauf keine ahnung was jeder machtjäger haupt den boss gelegentlich hin und her ich warte wir machen weiter ja noch ja oh ich bin wieder tot ja war ads schon da ja ja das mit den ads die da rein spawnen das ist ja echt krass so ein kranker healfighter hä oh mein gott du stück scheiße ich schaffst du 80k 80k nur 5,5 minuten ich hab noch halbes mana wie geht das bitte wie ist sie nb also es ist schon besser wenn der mit dem pfeil läuft wenn man anvisiert ist sieht man schlecht manchmal wo der mit dem pfeil ist ja ja das stimmt schon das war ne failansage das ist schon recht stimmt aber schieß bitte jetzt auf die tanks drauf so gut es geht weil die haben mich grad aus dem Leben geboxt